Das Gewitter wird immer heftiger und dieser Regen mit der Spritze hierher. Ich wünschte, ich hätte diesen Tab andersrum aufgespannt, dass ich da irgendwie Wandtab, aber der ganze Regen, der kommt hierher. Das ist voll scheiße, das tropft auf meinen Kopf drauf und so. Der Regen muss weg, das ist wichtiger Starkregen und Gewitter, mit ganz viel Blitzen oder sowas. Dieser Gewitter muss weg. Eioi, Eioi, Eioi. Der kommt immer näher. Das ist kein gutes Wetter zum Bivakieren. Ich glaube, ich habe noch nie so ein heftiges Gewitter hier in Deutschland erlebt, wie jetzt gerade. Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Ich will einfach nicht aufhören. Das geht die ganze Zeit so. So eine ganze letzte Stunde. Starkregen und diese ganze Blitze und sowas.